hallo hier ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse für nun mittwoch den 27 april 2022 und sowie handelstag hat der april dann gar nicht mehr das sind noch 123 und dann ist er auch schon wieder vorbei april monate sind eigentlich in der regel eher positive monate wenn ich mich zurückerinnere waren april ja von april monate eigentlich kann ich kaum an schlechte richtig schwache april monate erinnern aber hier ist momentan richtig druck drauf und dann unser kuschelt hier vom vortag das hat auch regelrecht zerrissen da ist nicht mehr von übrig also von diesem positiven eindruck der ein bisschen am tagesende da geblieben ist wir hatten ja auch darüber gesprochen dass so richtig im safe er halt noch nicht ist und man eben doll aufpassen sollte wenn er dann halt da unter die was man gesagt 12 960 12 950 fällt ich glaube die hat man so ein bisschen als marke geben weil wir gesagt haben also wenn er da runter fällt dann fällt er bestimmt auch hier bis ans untere band dran was dann gut und gerne 800 57 37 da so in dem bereich gehen kann tschuldigung was haben wir gesehen ein start der naja nicht so richtig aus der potte kam wir sind aber aufwärtsgab reingekommen haben das dann aber erst mal nicht halten können ist dann direkt zurückgerudert und dann hat er schwierigkeiten gehabt oben die 14 110 oder 14100 rauszukriegen hat sich ganz schön abgemüht und dann ist zum nachmittag hinten die 950 gebrochen 950 960 gebrochen und das war ja die marke wo man einfach gesagt hatten ja das dann steht er schnell eben auch wieder unten und eben auch tiefer und das hat er getan wir sind jetzt hier schon ein ganzes stückchen durchgefallen sind für meinen geschmack bisschen zu tief rausgegangen also er steht jetzt hier genau auf dieser auf dieser trend die lehne auf dieser auf dieser diese könnte quasi ein pullback sein aber da gehört schon ein bisschen viel fantasie zu man hätte jetzt sagen können okay wenn die microsoft zahlen jetzt gut sind ich glaube google hat auch gemeldet dann könnte man erwarten dass hier vielleicht nachwürstig irgendwie das alles wieder ein bisschen sich relativiert und zurückkommt aber die zahlen sind jetzt schon raus die reaktion vom markt ist jetzt eigentlich erst mal nicht anders zumindest nachbörsig auch alles weiter gefallen und von daher würde ich da jetzt nicht zu viel auf die zahlen geben interessant finde ich aber ein fakt und zwar dass jetzt am heutigen tag nun dieses gastthema wieder relevant wird und die leute plötzlich einen grund haben warum denn der markt fällt es ist interessant dass das jetzt kommt und nicht hier oben gekommen ist und es ist auch interessant wir hatten ja ich habe guck mal eigentlich könnte das video vom von vor drei tagen oder von vor zwei tagen vom freitag für den das video vom freitag für den montag oder vom donnerstag für den freitag in einem von den beiden videos hat mir darüber gesprochen frankreich war und so weiter und so fort mehr da hatte ich euch erklärt oder versucht zu erklären dass es sich jetzt auf den markt sagt dass man sich versucht die nachrichten zu nehmen und dann zu denken okay die nachricht werde ich jetzt für mich so also muss der markt das machen und so weiter weil das im regelfall eigentlich nie so passiert na ich habe euch das erklärt an dem beispiel dass wir gesagt haben okay es kann zum beispiel sein dass die le pen gewinnt und der markt steigt obwohl alle glauben dass wenn sie ja europa und aus dem euro und so weiter riesen tragödie dass es fällt kann es trotzdem sein dass der markt steigt und wir haben gesagt es kann auch sein dass der markt zum beispiel gewinnt und der markt einfach trotzdem weiter nach unten eskaliert das war wortwörtlich das was man was wir gesagt haben und dass es einfach wichtig ist zu gucken okay wie bewegt sich der markt und dann einfach mitzugehen mitzugehen scheißegal was man gerade zu den nachrichten liest und wenn ich jetzt das merke wie die leute jetzt gerade wieder angetriggert sind von diesem thema mit diesem gas und den auswirkungen auf die auf die auf die wirtschaft bin ich ein bisschen skeptisch dass er das jetzt hier zum mittwoch auch tatsächlich noch mal richtig nach unten verwandelt hat kann auch einfach sein dass er den pullback auf der linie macht und so tut wie als ging es ihm nur darum und um nichts anderes und er steigt jetzt hier wieder zurück und klettert sich wieder einfach marke für marke nach oben das kann sein mir passt der tagesschuss dafür überhaupt nicht der sieht schwach aus wir haben auch untergeordnet weiter weitere signale die nach unten zeigen ich will deswegen euch jetzt nicht sagen dass der markt steigen muss ja ich glaube die die länger dabei sind oder die verstehen wie ich rangehe die wissen so und so wir gucken uns gleich beide seiten an mir geht es nur darum noch mal zu sensibilisieren dass man wirklich den markt handelt wenn man jetzt glaubt wegen diesem gas embargo und wegen dem lieferstopp von russland nach europa dass zumindest teile erstmal nicht mehr mit gas beliefert werden wenn man jetzt glaubt dass das dafür sorgt dass der markt richtig kollabiert dann kann man das jetzt schreiten aber man sollte es auch wirklich nur traden wenn der markt auch entsprechende short signale gibt und auf keinen fall sollte man dann wenn der markt jetzt auf so eine nachricht und man glaubt der markt bricht zusammen und der markt reagiert ist aber mit langen grünen kerzen genau dann sollte man sich einfach zurücknehmen und eben nicht die short position dann da reinflanken weil deshalb wirklich sein kann dass der markt dann einfach durchzieht und was anderes macht was nicht auf die nachrichten passt und das ist eher die regelmäßigkeit das ist das was wir immer wieder sehen und da möchte ich einfach sensibilisieren noch mal ich sage nicht dass der markt steigen muss ja mir geht es nur darum dass man wirklich abgrenzt wenn er morgen steigt ich weiß ich erzähle das jetzt hier zehnmal so verstehen trotzdem wieder welche falsch und geben blöden blöden senf auf einen kommentaren dazu aber das soll auch euch gerne sein wichtig ist dass die mehrheit das nochmal versteht worum es geht der markt kann morgen steigen oder fallen wir wissen nicht was kommt mir ist wichtig nachricht im kopf auskoppeln darum geht es mir damit ihr nicht wenn der markt morgen sagt okay er hat jetzt hier fertig wer ist jetzt 1000 punkte gefallen das ist jetzt ganz toll dass jetzt alle glauben es fällt noch weiter aber er ist hier fertig er hat seinen pullback gemacht er hat die trendlinie kontaktiert er hat hier die 700 einmal schön ein bisschen angespult hat die zum amt unter unter unterlaufen stabilisiert sich nun erholt sich und steigt wieder zurück dann sollte man auch das handeln ja und nicht wegen irgendwelchen nachrichten dann glauben dass da jetzt noch der riesen rattenschwanz dran kommen muss also darum geht es noch wenn grüne kerzen kommen hat der markterholungsspielraum scheißegal welche nachrichten kommen scheißegal wie die nachrichten sind wenn er steigt und steigt und wenn er steigt wenn er uns wirklich von dieser trendlinie weg jetzt zum mittwoch nach oben an zieht dann hat der rücklauf potenzial bis auf jeden fall erstmal in die 13.850 13.860 rein das wäre erstmal so ein erstes ziel und auch eine 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 bärenmarke also ein ein kein kakao keine wisch das wäre eine stelle an der die verkäufer oder an der ehemalige käufer zu verkäufern werden können das heißt es ist ein klassischer widerstand den wir von unten an laufen an dem sich der markt wenn er von unten kommt dann einfach wieder runter drehen kann na also sehen wir unseren markt mittwoch eher positiv tendieren sehen wir uns zum beispiel gar nicht unter 630 großartig rumhampeln sondern eher mit stabilen soliden fuß und mit einer kleinen aufwärts schwung in der hüfte dann würde ich davon ausgehen dass er erstmal gut richtung 13.850 13.860 laufen kann dort würde ich genauer hingucken vielleicht wenn man aufgebaute long position hat die dort auch erstmal kurz reduzieren gucken wie bewegt sich der markt zieht er dann weiter durch kann davon dort auch gut und gerne wieder 14.000 erreichen und sogar auch die 14.100 wieder erreichen dann würde sich einfach hier dran jetzt erstmal wieder hochziehen und die bewegung quasi hier versuchen auszukontern das ist das bullische szenario aber wir sind extrem schwach wir haben eine optisch nicht ganz vollständig aussehende bewegungswelle laufen das heißt hier ist durchaus noch potenzial nach unten und wer die gestrigen videos oder die letzten videos oder auch die webinar vorbereitung zum beispiel die man am wochenende gemacht haben geschaut hat der weiß ja dass sie unten auch noch andere sachen kommen wir haben hier unten noch ein offenes gap bei 13.95 wir haben hier unten interessante bereiche dann die um die 13.400 13.93 kommen also gerade die 13.93 wäre mir dann eben wichtig denn wir haben ja auch hier noch ein trigger file in die 445 aber 13.93 das müssen so etwa 61 61 prozent seien die er dann aus korrigiert hat das wäre dann eigentlich noch ein schönes bewegungsziel für diese abschnittswelle dass man sagt okay das ist dann eine welle die geht bis 390 dann kommt eine gegenbewegung es kann sein dass die bloß bis 650 700 geht und dann kann es durchaus sein dass auch noch eine weitere abwärtswelle kommt die dann noch auf das gap bei 13.015 schließt weil da ist auch noch so ein markanter punkt also können wir festhalten wenn der markt weiter schwach tendiert wenn der markt auch zum mittwoch unterhalb von 13.600 nach unten treibt es ist kein long markt ja egal wie die nachrichten sind auch wenn russland plötzlich wieder gas liefert ist es scheißegal wenn der markt unter 13.600 weiter nach unten treibt dann ist die 45 das nächste ziel dann ist die 93 ein ganz 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 für mich ganz wichtiges nächste ziel und dann haben wir noch die 13 15 und auch erreichbar alles im rahmen des möglichen das ist jetzt von hier kein 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 hexenwerk mehr also ist es genauso weit weg wie eine 14.100 ja also es ist von daher es ist aus trennsicht sogar einfacher zu erreichen weil sie in der bewegungsrichtung die na also es ist leichter in bewegungsrichtung noch 500 punkte zu kriegen als 500 punkte wieder aus zu können aber es ist ja nicht so möglich und ich würde jetzt wirklich gucken wie verhält er sich zum mittwoch treibt uns über 630 raus geben wir in die 700 rein gehen wir in die 850 860 rein drücken wir unter 630 weiter nach unten unter der 600 weiter nach unten machen wir das geb zu bei 540 gehen wir weiter auf die 390 und dann gucken uns die 390 mal genauer an ja und je nachdem wie es sich dann dort verhält auch in der gegenbewegung haben wir immer noch unten dann bei 13 15 offenes geb ja also mir einfach wichtig versucht die nachrichten ausgaben wirklich tut euch damit kein gefallen es ist in der regel einfach so dass das zu 90 prozent nicht immer es ist nicht immer so aber es ist zu 90 prozent so dass der markt immer das gegenteil macht wie ich hatte euch das letztens schon erklärt an diversen beispielen na ich glaube hat man so nicht gesagt aber das klassische beispiel zum beispiel trump wird gewählt alle welt denkt die welt bricht nun zugrunde alle welt denkt ölwerte werden nun performen us amerikanische ölwerte werden performen take titel werden abgestraft weil trump sowas nicht mag was war der fall tech werte sind absolut gestiegen wir haben keine kaum kriege gehabt bzw keine kriege ich glaube trumps mit einer der einzigsten amerikanischen präsidenten gewesen der keine kriege angefangen hat das ist auch auch interessant und wir haben tech werte auf allzeit hoch gesehen na also ein völlig anderes erwartungsbild als das gewesen ist auch jetzt hier macron wurde gewählt vorher haben wir alle geschrieben martin martin die frankreichwahl der markt preist jetzt hier ein dass die le pen gewinnt macron hat gewonnen der markt hat das nicht aus korrigiert ja so und was haben wir gemacht wir haben gestern gesagt also das ist jetzt erstmal okay aber es ist auch noch nicht sicherer hafen das heißt muss genau hingucken bricht eine 69 nach unten dann geht das wieder runter auf 8 50 dann geht das runter auf 37 und so weiter und das ist dann gekommen und so würde ich einfach arbeiten ganz ohne die nachrichten irgendwie zu berücksichtigen das hilft also mir hilft das absolut nicht ich fahre damit wirklich gut wenn ich das einfach ausblende und mir ist es sehr sehr aufgefallen wie viele jetzt hier wirklich aggressiv auf der short seite geworden sind auch so ich habe so sachen gelesen wie pyramidisieren und so weiter da bin ich dann erstmal jetzt hier so ein bisschen skeptisch weil ich sage vorsicht vorsicht wenn jetzt natürlich nach 1100 1200 punkten die leute anfangen aggressiv zu shorten und aufzupyramidisieren und sowas kann es wahrscheinlich sein dass die bewegung erstmal wieder langsam zu ende ist also da muss man schon ein bisschen aufpassen so sieht es würde nicht stimmig aussehen muss ich auch ehrlich sagen die welle würde ästhetischer aussehen wenn sie im bereich um 93 ihr ziel findet ja weil dann hätten wir hier die erste abwärts da korrektur dann 93 dann gegenbewegung das wäre viel ästhetisch es würde viel besser in den chart passen aber wenn der mir am mittwoch von 6 30 nach oben treibt dann plane ich dort eine 700 ein und eine 8 50 8 60 und dann ist mir scheiß egal welche nachrichten irgendwo kommen dann wird das einfach gehandelt fertig ist dann lang ja gut okay ich drücke euch die daumen auch dass man kopf frei kriegt dass euch dann spüren lasst und wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss schon jemand wir wissen im 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 Untertitelung des ZDF, 2020